Das lief doch. Oh, wow. Ich dachte, es läuft besser. Oh, Mann. Wenn ich so auf die Uhr gucke, müsste ich auch was machen. Ich wollte dir noch vom Kanarienvogel erzählen. Echt? Okay. Boah, nicht der Kanarienvogel. Schlecht. Sessel rüttelt am Käfig. Da macht das Platsch. Und einer fragt, wer hat dem Vogel Maische zu fressen gegeben? Spannend. Ich möchte jetzt doch nicht etwa Essen machen. Ich... nein. Doch, ja, ich habe Hunger. Nein. Questgegenstand. Blut eines Neckar... Warum ist das ein Questgegenstand? Noch ein Questgegenstand. Warum hatte der das letztes Mal nicht? Ach, warte, das ist mein Zeug. Ich habe nichts gesagt. Hab ich Essen gehört? Ja. Lasami. Okay, es wird wirklich Zeit zum Ausmachen. Ja. Ja. Was ist das? Es trägt ein grünes Mäntelchen, sitzt den ganzen Tag im Gebüsch und fängt fette Fliegen. Ein Squiatel auf der Lauer. Ein Frosch. Aber deine Antwort lasse ich auch gelten. Ich fand den gut. Elf Lasagne. Mit elf Pferd. Es ist jedes Mal was anderes da drin. Na, habt ihr Spaß? Soll ich mich dazu gesellen? Ich habe versucht, Triss aufzuspüren, aber das Megaskop funktioniert in diesem Nebel nicht. Ich fand nur ein schwaches Signal. Irgendwo aus der Nähe. Sicher von der anderen Seite. Im Lager von Katwin? Du wirst nachsehen müssen. Da kommt es genau richtig. Ja. Der Nebel ist voller Geister. Ich helfe dir. Ich kontrolliere ständig das Schlachtfeld und lenke dich in die richtige Richtung. Sobald du den Nebel betrittst, finde ich dich. Dann auf Wiedersehen. Wir haben immer noch kein Königsblut. Ich weiß. Hänselt. Wir brauchen sein Blut, nicht seinen Tod. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich bin kein Königsmörder. Noch nee. Wie, ich dachte, ihr macht jetzt weiter. Wie? Aber. Ja, also. Hä? Schade. Gut. Dann würde ich jetzt speichern. Ich bin gespeichert. Ich speichere nochmal. Guck mal, doppelt hält besser. Ich würde wieder reingehen. Nein. So. Dann. Ihr Lieben. Machen wir nächstes Mal weiter. Dann. Wir danken mich fürs Zuschauen und dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Schafft gut. Träumt süß von. Fabian. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschaui. Wunderschönen guten Abend. Geschafft. Ich auch. Es ist eng geworden. Ihr hättet fast Final Fantasy XIV gucken müssen. Ja. Aber jetzt. Jetzt. Jetzt müsst ihr doch leider. Leider Witcher gucken. Auch gerade noch gegessen? Nee. Wir sind gerade noch im Dungeon gelaufen. Und dann so gelaufen, gelaufen. Ich gucke auf die Uhr so. Das wird knapp. Und dann so. 48 Dungeon rum. Okay. Okay. Ich muss ausmachen. Tschau. Das war ein Stress. Das war ein Stress. Passiert. Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe sie gegessen. Jam, 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 jam. Wie gesund. Alles super. Alles gut. Ich hatte auf der Arbeit fast einen Herzinfarkt. Aber alles super. Oh. Schön. Und wie war euer Tag so? Geh auf die andere Seite des Geisternebels. Nein, ich will nicht. Ich könnte mal mein Level abmachen. So. Wenn ich schon noch nichts getan habe, ich mach mein Level ab. Böööööö. Alchemie mach ich kaum. Magie mach ich kaum. Hier. Kaum. Schwertkampf. fängt gut an energieaufwand beim blocken blocken ich brauche doch nicht ist tanzt beim ausweichen im kampf plus 200 reich ich aus manchmal schalte die fähigkeit freie schräge des gegners zu kontern was von mir war ja zehn prozent tötungswahrscheinlichkeit schaden bei eingriffen von hinten 100 jahr nämlich von hinten genauso viel schaden wie von vorne ist so die totalität bloß 25 nehmen ich auch so das war's für meinen talenten ich talent los ist jetzt ein flaschen pepacom danke für die follow durch die wüste fliegt ein wahl was 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 ein wahl kann nicht durch die wüste fliegt das geht nicht nostalgie pur ja für mich nicht ich kann nur mit der drei wobei mit der eins haben wir schon gespielt ich kenne jetzt auch mit der eins und das von mit zwei was wir bis jetzt gesehen haben bei final fantasy 14 ich bin in die wüste um zeug zum schmieden zu sammeln da kam mir ein wahl entgegen geflogen ähm ja fliegende wale in der wüste ja genieße es ja tue ich so was machen wir noch will ich schon durch den geisternebel das ist so die andere frage okay das von den ganz krieg ich eh nicht mehr das blöde blut war das hänsel oder was ist der hier dennis ach ich weiß es nicht mehr der komische typ her von dem kriege ich eh kein blut so warte die lukte erhebnisse ab okay ich warte frage die einwohner zu magischen orten kommen das können wir noch machen hast du noch mal gedacht gedacht so wo muss ich hin da 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 okay ich bin unentschlossen was gibt es dazu zaudern was über diese unentschlossenen zwerge ich wollte menschen sagen aber es sind keine menschen ja ich muss gucken wo das m ist ich finde das sonst nicht ne jetzt drücke ich irgendwelche andere tasten aber ich habe es gefunden ich habe mir nicht gemerkt wo ich lang muss ich muss nach links okay danke wir können auf die minimap gucken das ist zu einfach das ist zu einfach so muss ich in das haus oder ist das wieder unten war das bestimmt wieder unten oder ich hasse es ja definitiv unten hey was geht oh du hattest recht die rebellen sind gar nicht so blutrünstig das ist schlecht sie haben uns die waffen abgenommen und das ehrenwort dass wir nicht fliehen und das ist schlecht es ist sogar sehr schlecht dass sie nicht blutrünstig sind hänselt ist es nämlich und der taucht hier gleich auf was ich habe schon viel vom grauen fähnlein gehört leichte ketwennische kavallerie bin ihnen verbrenner begegnet als wir gemeinsam zum entsatz eintrafen aber das fähnlein ist geschichte ich glaube vor drei jahren sind sie vor wergen alle gefallen du hast vorhin erwähnt dass sie einen hexer mit schlangen amulett sucht ja shida detanka will hat uns mit der suche beauftragt der befehl war kurz und bündig tötet ihn und alle begleiter keine gespräche keine nachforschungen analysen oder urteile mhm 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 gut ja warum denn sie ähm trist tot sehen vielleicht finden wir es nachher raus oh nein der ist auch unten auch ich hasse es ja auf in die kneipe ich hoffe die kneipe ist richtig ähm ich glaube ja wenn ich mir so die position der kneipe und der leute angucke sollte es richtig sein joh 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 noch einer lass einen ein gleich machen sich hundert breit womit kann ich dienen hatte ich dir das nicht schon gefragt eigentlich ja eigentlich schon best lass uns würfeln ok ich möchte würfeln besiege brunon bix und cornelius meyer wenn du das schaffst glaub ich dir dass du was kannst dann spiele ich gegen dich na gut menschen frauen brauchen sich nur mal kurz auf einen mann zu setzen und schau uns der bau rund hä mit wem soll ich denn hier reden meine verehrung wohin denn so eilig ne ich bin mit genau hä hä ok kann ich aber nichts machen nach dem magischen ort fragen der redet nicht mit mir dann geh auf die spur der auch nicht ja gut dann rede ich mit der letzten person die noch auf der lüste steht aber ich glaube mit dem wirt hatten wir schon mal geredet auch mit dem zwerg oh warte der wird ist auch ein zwerg oh man hier sind so viele zwerge warte mal warte 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 ich brauch die karte nochmal da komm ich nicht hoch glaub ich glaub ich ja komm ich da durch boah ich weiß es nicht ich guck einfach mal ansonsten laufen wir nochmal durch die komplette stadt wird schon schief gehen oh ich bin vorbei ne hier ist nur was soll das heißen hä hey ich war gar nicht fertig mit reden wie was soll das heißen ne 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 jetzt nicht ich bin irritiert ich suche nen weg so 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 ihr habt mir immer noch nicht verraten wie euer Tag war so Punkt geht doch nicht voll gemein keiner war ganz okay hallo Cecil Wenn der Tag war, weißt du doch, ja, deiner. Mein Tag war langweilig. Langweilig. Guck mal, der hat mehrere Sachen. Ich muss gleich noch arbeiten. Ich muss gleich noch arbeiten. Arbeit. Cecil, kennst du jemanden, der am Krieg vor drei Jahren teilgenommen hat? Ich war selbst dabei. Hast du an dieser Feldschlacht teilgenommen? Und ob? Philippa meinte, du solltest einiges über die Schlacht wissen. Hänselt, dieser Schwachkopf, den manche König nennen, war der Ansicht, dass Eddarn von Memmen bewohnt ist, die sich schon voll scheißen, wenn er nur mit seiner Armee über den Fluss setzt. Warum hat er Eddarn eigentlich angegriffen? Laut Hänselt ist Ober-Eddarn uraltes Erbe der Krone von Catwin und muss dem Mutterland wieder einverleibt werden. Unverschämter Furz. Der unverschämte Furz liegt nicht ganz falsch. Aus den Geschichtsbüchern wirst du erfahren, dass dieses Land vor 300 Jahren tatsächlich zu Catwin gehörte. Das und mein Arsch. Vor 700 Jahren waren die Elfen hier. Vor einer Million Jahren die Würmer. Da könnte ja jeder Depp mit seiner Armee beim Nachbarn reinlatschen, weil irgendein Vorvater mal einen Scheißhaufen abgesetzt hat. Gut. Hänselt hatte also beschlossen, Ober-Eddarn zu erobern. Und dann? Er kam, bezog furchtbare Dresche und ging wieder. Du machst es mir nicht einfach, Cecil. Das war keine Schlacht, sondern ein Gemetzel. Wenn ich davon rede, habe ich alles wieder vor Augen. Ich will nicht. Im Nebel kämpfen die Geister der Gefallenen. Sie verwandeln sich in abscheuliche Geschöpfe, Trauguren genannt. Edirner, Catwinner, Menschen, Elfen, auch Zwerge. Verdammt. Nicht einmal im Tod haben sie Frieden. Ich will ihnen helfen. Aber dazu muss ich erfahren, wie die Schlacht verlaufen ist. Also gut. Wenn du helfen willst, dann hör zu. Es war ein schöner Tag. Als Thunder griff nachmittags Angriff, schickte er zuerst das graue Fähnlein in den Kampf. Viele von uns haben sich beim Anblick der Standarte in die Hosen geschissen. Aber wir hatten auch eine Überraschung für sie. Im Schutz der Nacht hatten wir Feuerwelle angelegt. Ich kann bis heute nicht glauben, dass wir ihre Speer reinlegen konnten. Wenn diese Falle nicht gewesen wäre, würden wir heute nicht miteinander reden. Ober Edirn gäbe es nicht mehr. Wir haben das graue Fähnlein zerschlagen, aber das war nur der Anfang. Seldkirk führte uns an. Wo er auftauchte, flohen die Catwinner. Beim Anblick seiner Rüstung lachte uns das Herz. Dann griff Van der Griff selbst ein. Seldkirk und er trafen in der Mitte des Feldes aufeinander. Schließlich erschlug Van der Griff, Seldkirk. Ein schrecklicher Tod. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber dann fiel der Himmel herab. Als wollten die Sterne selbst den Tod des großen Ritters rächen. Feuer bedeckte das ganze Schlachtfeld. Keiner interessierte sich mehr für den Feind. Alle wollten fliehen. Es gab keine Freunde und Feinde mehr. Nur noch Lebende und Tote. Es heißt, eine Zauberin aus Catwin habe all das angerichtet, weil sie sich an Thundergriff drechen wollte. Da ist wohl was dran, denn Hänselt ließ sie gleich nach der Schlacht hinrichten. Uff. Das war auch viel Text. Hast du die Catwinner Übersetzen sehen? Von fern. Ich sah Van der Griff an der Spitze von 4000 Schwerbewaffneten. Manchem ist beim Anblick der Bärenköpfe und der gepanzerten Fähnlein von Art Carré Angst und Bange geworden. In der Mitte war das graue Fähnlein der Veteranen von Brenner. Kaum befand sich Van der Griff auf erdernschem Boden, er klomm er einen Hügel und sah sich um, als mustere er seinen Besitz. Jedenfalls zogen die Zwerge bei diesem Anblick wie auf Kommando ihre Hosen runter und zeigten ihm die Ärsche. Dann trat Seldkirk an unsere Spitze. Seine Rüstung strahlte in der Sonne. Ich hatte Angst, dass ihn ein Bogenschütze von Catwin erschießt, aber die standen da wie angefroren. Seldkirk sah zu ihnen und deutete eine Verbeugung an. Den Aufschrei hättest du hören sollen. Er war ein großer Ritter. Na? Hier, der Witcher Geschichte. Erinnerst du dich an die Zeit vor der Schlacht? Als wär's gestern gewesen. Hänselt hatte seine Truppen drei Tage nach der Tag- und Nachtgleiche über den Pontar geführt. Eddon hat gute Kundschafter. So waren wir darauf vorbereitet. Seldkirks Truppen waren an der Hügelkette postiert. Die Stimmung stieg beim Anblick der wehenden Banner Wengerbergs, Aldersbergs und Guletas. Mir geht's auch gut, danke. Ritter und gepanzertes Fußvolk standen Seite an Seite. Sogar die Bauernschaft hatte ihre Abteilungen. Die Zwerge nahmen die linke Flanke ein. Wir waren über 5000 Mann. Rasse und Herkunft scherten keinen. Das hat es noch nie gegeben. Nur König Demarwend fehlte. Hatte sicher Wichtigeres zu tun, als sein Land zu verteidigen. Ich weiß endlich, was ich vergessen habe. Ich habe kein Trinken. Mist. Ich muss verdursten. Trinken holen. Kann ich gleich was trinken? Ja, danke. Ihr habt das graue Fähnlein besiegt? Hensels Elite-Truppen. Nicht einer von ihnen hat überlebt. Der Besucher hat sie in den sicheren Tod geschickt und ihnen noch nicht mal Verstärkung gegönnt. Dieses Monster in Menschengestalt. Die Soldaten der Grauen waren echte Haudegen. Haben gewaltig zugeschlagen. Doch auf jeden von ihnen kamen sieben der unseren. Sie hatten keine Chance. Wir haben ihre Standarte erobert. Was von ihnen übrig blieb, begruben wir in einer Krypta bei Werken. Die Standarte ist auch dort. Die Gegner, auch die Toten, muss man immer achten. Ich werde diese Standarte brauchen. Toasty, das Pfötchen kenne ich. Ich kenne das. Ja, klang so aus. Ja. Das war's. Ja. Dann bestellte er bei einem Zauberer ein ganz besonderes Schwert. Es war bestimmt dieses Schwert, mit dem er Seldkirk dann erschlug. Van der Griff ist tot. Weißt du, was aus seinem Schwert geworden ist? Aber ja. Saskia hat es. Und das ist doch gut so. Nur ihre Hand kann den Hass kontrollieren, der darin steckt. Nach der Schlacht, als die Flammen erloschen waren, kamen die Plünderer und stahlen, was sie kriegen konnten. Stell dir vor, in ganz Eddern gibt es kein Andenken an Seldkirk. Sein Bruder faselte etwas von Handschuhen, aber er ist ein Lügner. Okay. Ich danke dir, Cecil. Du hast mir sehr geholfen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich zur Aufhebung des Fluchs brauche. Weißt du? Vier Symbole. Die Standarte symbolisiert den Tod, Van der Griff's Schwert den Hass. Aber die zwei anderen... Philippa soll sie beschaffen. Sie sollte wissen, wo sie zu finden sind. Hoffentlich. Yeah. Warte, den wir auf die Ereignisse ab. War ja klar. Hey, warte, 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 ich bin noch nicht fertig mit dir. Stopp! Zwerg. Ja. Sie braucht Hilfe. Philippa will ein Gegengift herstellen, aber dafür braucht sie ein magisches Artefakt. Vielleicht eine Farnblüte? Oder einen steppenden Regenwurm, was? Hä? Hör mal. Ich hab keine Ahnung von Magie. Aber mir fällt da ein Ort ein, der die Zauberer schon immer interessiert hat. Sie bezeichnen ihn als sehr starke Intersektion. Vielleicht solltest du da mal nachsehen. Gern. Wo ist der? Im Wald hinter Wergen. Such nach den Ruinen. Es ist ein Ort der Macht. Den kannst du nicht verfehlen. Warum so verdrießlich? Saskia ist zäh. Die wird schon wieder. Kopf hoch. Danke, Droste. Hexer, ich habe dir zu danken. Wenn du das Mädchen rettest, rettest du meine Stadt. Ich habe eine Frage. Ein Regenwurm. Der keine Beine hat. Wie kann der steppen? Hey, du musst dir die Frage beantworten. Bleib stehen. Erklär es mir. Steppende Regenwürmer. Pseh. Ohne Beine oder wie? Magie auf der Spur. Okay. Äh, stopp, 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 stopp. Journal. Achso, ich soll den Ort der Macht finden. Achso. Okay. Gegenfrage, seit wann haben Regenwürmer überhaupt Beine? Ja, ja, gar nicht. Deswegen frage ich ja, wie der ohne Beine steppen soll. Er krümmt sich wie ein umgedrehtes U und nutzt dann seine zwei Enden wie Beine. Ah. Und so macht er dann noch Steppentanz mit seinem Hinterteil und seinem Kopf. Okay.